Hu, Ronny, ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag und ich habe mir überlegt, du hast dir ja von mir einen Pornofilm gewünscht. Und erst stand ich dem so ein bisschen skeptisch gegenüber, aber so im Nachhinein habe ich mir gedacht, na gut, warum nicht? Sollst du zu deinem Geburtstag auch dein passendes Geschenk bekommen, nämlich meinen Porno. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. War das jetzt nicht das, was du wolltest? Das tut mir leid, ich hatte gedacht, in der Richtung sollte es gehen. Was mache ich denn jetzt? Ich wollte dir ja eine Freude machen. Ah, ich weiß noch was, wie wäre es mit einem schönen Pornofoto? Ich hatte noch ein ganz tolles Foto von mir, vielleicht gefällt dir das ja besser. Schau es dir an. Psst! Also, du hast auch mit Sicherheit gewusst, dass sowas in der Richtung kommt. Du kennst mich lange genug. Aber ich hoffe trotzdem, dass ein kleines Grinsen bei dir rüberkam. Wenigstens so ein kleines Lächeln, so ein ganz bisschen nur so, so ein ganz bisschen Grinsen. Ich denke mal schon. Trotzdem wünsche ich dir alles, alles, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Bleibe gesund. Ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg. Ich wünsche dir trotzdem zu deinem Geburtstag jetzt, obwohl du vielleicht ein bisschen enttäuscht sein wirst. Alles, alles Liebe, alles Gute. Bleib so wie du bist, verändere dich bloß nicht. Denn genau so wie du bist, so bist du richtig. Also mach es gut. Ciao! Ciao!